...Gerde. Die Folge von Koffer, wenn sie nicht ab Ihrem Programm sind. Dominik und Darien, die sich zum ersten Mal aufzählen, drei Teile der Bundesrepublik, haben jetzt ein besonderes Begründungsgeschäft für Sie und uns. Sie werden versuchen, einen Weltrekord aufzustellen, einer Spielart im zwölf Bekord vom Publikum. Staunen, Damenhaken, zumindest den Weltrekord, Sie sind in Dach. Wir werden uns jetzt erklären, wie der Weltrekord ausschaut hier. Ja, hallo. Also, ich habe es schon gehört. Die beiden Damen und Dominik werden jetzt live bei euch versuchen, einen Weltrekord zu flächen. Und zwar nicht nur einen Weltrekord, sondern einen zwölf Bekord. Was heißt das jetzt genau? Die beiden müssen, damit der Weltrekord gebrochen ist, mit den zwölf Bekord 42 Fängern machen. Und das dauert ca. 25 Sekunden. Wenn Sie das schaffen, dann ist der Weltrekord gleich vor Ihnen gelegt. Danke. Viel Spaß. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.